Woran denken Sie bei ABBA? Vielleicht haben Sie da sofort einen Lieblingssong im Kopf. Wer das Kultmusical Mama Mia erlebt, summt als Fan sofort mit. Vor 20 Jahren haben die ABBA-Hits eingebettet in die besondere Mama Mia Story. Hier in Hamburg ihre deutsche Uraufführung gefeiert. Seit gestern kann man den Urwurmstoff hier wieder erleben. Diesmal in der neuen Flora. ABBA, das bedeutet gute Laune. Und, Zitat Björn Olveus, Mama Mia ist das Musical, von dem wir gar nicht wussten, dass wir es geschrieben haben. Keiner ist zu cool für ABBA. Und jeder kennt die Songs. An diesem ist natürlich die Stimmung, die steht im Vordergrund. Und die drei Damen vom Grillen in der Abführung, also die Mutter und ihre beiden Freundinnen, die sind natürlich schon hinreißend. Die drei Dynamos spielen sich in die Herzen des Publikums. Allen voran die Mama. Sabine Meier. Ihre Tochter will heiraten. Die Mutter findet das eigentlich nicht so prickelnd. Als meine Kinder ausgezogen sind, das Herz bricht ein bisschen. Und, ähm, ja, für dich? Ja, also ich identifiziere mich jetzt nicht so. Aber was ich sagen würde, ist, die haben ein tolles Verhältnis und das haben wir auch. Ja. Danke für die Lieder. Töchterchen hat drei mögliche Väter auf die griechische Insel eingeladen. Denn Mama weiß nicht so recht, wer es denn nun gewesen ist. Und hat als alleinerziehende Mutter eine Taverne aufgemacht. Das ist die Geschichte. Leider gespickt mit eher peinlichen Witzchen. Manche Jokes sind nicht so ganz so, dass, ja, worüber ich lache. Aber es ist insgesamt ein, ein tolles Stück mit wirklich ganz großartigen Darstellern, die eine tolle Energie haben. Musikers, die machen was mit dir. Und ich bin so gut gelaunt momentan. Diese positive Energy, weißt du? Diese Positivity einfach. Das mag ich so sehr gerne. Und das hat geklappt. Auch in dieser reduzierten Tour-Fassung springt der Funke über. Aber eben. Und ein wunderbares Ensemble.